Wieso gibt das hier? Wieso schreibt jeder die Pläge? Da unten ist ein Zibus-Szenen. Da gehören wir auch hin. In den Zibus. Hä? Was haben wir denn? Toll. Wie jetzt, siehste? Ah, jetzt sind die Schleppfläge. Ich weiß aber, wie ich ihn meinte. Ich muss geistern. Wow. Ist das der Koreaner? Ja, ich bin schon bestimmt dreimal durch an dem Tag. Miau, geile Spieler. Voll der krasse Koreaner, der deutschsprachige. Geh mal an das Haus. Ja, das Haus. Ein einziger, genau. Nee, für uns alle. Hau sie weg im Rätselhaus. Jetzt haben wir so ein Rätsel. Jetzt können wir sehen. Wenn wir den Leuten sein geschlau sind. Sehr gut. Das kann nur schlecht enden. Ich gehe in jedem Raum an. Das ist ja noch leicht. Die Kongo-Gumbas hier. Und den Gumba! Ja! Bevor das leicht berät sich. Das wäre nicht mitgekommen. Okay, war auch leicht. Die sind doch bestimmt noch schwerer. Oh nein! Reiner. Reiner? Reiner. Schaulatzener. Ups. Nein! Was will ich tun? Von Kilom99, Paco! Ich will sein ein Hund. Das Doppelkirsche. Oh, ist ähnbar. Ah! Wir haben aber lustige Ideen. Guck mal. Das war knapp. Das ist gut. Boah! Das war's gut. Oh, da ist jemand oben. Das ist ne Maus. Da oben auf dem... Glaub da! Funny game. Geiles Game. Geiles Game. Und Smiley ohne alles einfach. Funny game. Über die Kullerügel. Die Kongo-Bummars machen wir noch fertig, ey. Ich mein... Jag dich. Was? Hup. So. Ich bin tot. Das Level war doch in der Forkshow. Ja. Ja. Ich bin tot h Auto. Guck mal. Es robi auch nicht. Ja. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Nein, nein, nein! Ich muss nur noch keine Spirmen. AHHHHH! So ein Bastard-Fumas. Nein! Cool. Algemen, kein Gupas! Was denn hier? Warum wollen wir den nicht mehr nehmen? Wenn du Mario bist! Noch kein Sporn, der ist immer nicht Würde gerne aber, okay Oh mein Gott, das ist ganz schön Ach stimmt auch Irgendwo war ein Stern Hier, der hat unsere Vorschau aber auch Ich glaub der was Mario dann macht, der wie so ein Wettkong weißt Entschuldigst Wieder rein Häh Oh 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 Ich bin da hinten, leider bei Mario. Ich denke, sowas mach ich dafür mit Kack. Wir haben einen verpasst. Ja. Anfangen anderen Leveln auch. Boah, Staffelraten. Nein! Oh! Alle kämpfen mit dem Po, ey. Na toll. Nein! Boah, du Arsch. Ja! Nein! Ja! Ja! Geschafft, ey. Ich hab die Krone. Und warum anders jetzt noch ein Level gemacht wurde. Ich hab wohl zwei Sterne bekommen. Aber was haben wir denn selber? Das war alles. Die Zeit. Die Team. Oh, okay, ja. Die Krone macht halt vieles aus. Da ist Neuer. Ja. Fett Goomba. Der Kongo Goomba, ey. Mach mich völlig mit seiner fetten Lippe. Warum sollte man so einen Gegner machen? Ich versteh's nicht. Warum macht man Goomba mit fetten Lippen? Man ist nie zu alt für Super Mario. Ja. Du weißt, dass es Tag ist. Die sind draufgestimmt. Auf dem D, Maxi. Galumbas. Galumba. Oh, du Kacke, ey. Die wollen mich essen. Wow, ey. Aber so richtig mächtig stark. Oh, es pisst draußen, wie so. Jo. So lange es denn Schnee ist. Ist denn schon Weihnachten? Hm. Da ist das. Guck mal, Peter. Ich hatte zwei Gummeln. Außerdem hatte ich das nicht so komisch gemacht. Ja. Ja, okay, ja. Die Krono. Ja. Hier, Maxi Goomba. Galumba, Mann. Hey. Wieso ist die Krono mehr? So. Ist weggerannt. Das ist eine Chance. Oh, das ist geil. Jetzt kommen die Krono und Kirschen. Die kommen mal nicht hin. Wahrscheinlich nicht. Guck mal kurz. Vielleicht kommen wir ja hier irgendwo hin. Aber ich kann ja hier hin. Ich glaub, die Kronen Kirschen bei vier Leuten sind heftig. Ja, trage deinen König. Ich will nicht. Ich bin doppelt. Oh, Goomba. Ich glaub, das wird immer auch in der Folge. So ein Juni ist. Verfolgt doch uns wirklich. Oh. War da ein Stern? Ja. Oh. Ganz einfach mal total lange in den Sternen. Drei Luigi. Ich seh nix. Wo bin ich? Bin ich mehr ein Klon. Toll. Da war noch was. Ja. Ich hab ihn hier über sprach. Die sind Kirschen oder die Kirschen? Ja. Die sind denn die Kirschen? Die sind doch auch mal die Kirschen. Die haben doch mal die Kirschen. Ja, lass dich, ja die letzte. Welcher bin ich denn jetzt? Ich bin der mit der Kron. Kron ist was. Da komm ich nicht hin. Da wollen wir nur den Katzen anziehen. Wie kann man eigentlich den drehen? Wenn du auf den anderen drauf springst irgendwie. Nein! Hm. Ganz unwillig ja. Hatte sieben Marios. LOL, ey. So guck ich mal noch einmal. I am little puzzled. Ich denke mal das ist der Ladebildschirm. Aber eigentlich muss man da einfach wegdrücken. Oh, da ist jemand Neues. Oh, guck mal der unten. Der glotzt da kaum. Oh, Vater. Der hinter der Wolke steht. Oh, da gehen wir mal als erstes hin. Das hat man noch gar nicht gesehen. Richtig. Hier, was hat der denn? Wie eine Gleichung oder was? Glocke gleich Mario oder wie? Was hast du hier? Was hast du hier hinten? Was hast du da noch gemacht? Oh, was ist das? Ah. Slot Machine. Und? Na, springen wir. Oh, nice! Oh. Oh, so. Oh, so. Oh, so. Oh, so. Oh, so. Das ist das Maximum, was man kriegen kann. 34 Leben. Ne, 1. 3. 8 Leben. Wahnsinn. Wir gehen jetzt mal gerade nach unten, Stefan. Und dann unten, äh, ran. Stimmt. So. Oh. Was soll die? Fisch. You smell like fish. Ich kann noch reden. Das wollte ich gerade sagen, ey, Leute. Wie ist das? Oh, mein Mann? Ist da auch noch irgendwas verstecktes? Das ist viel, Leute, ich bin da oben. Ah, schade. Hey, hey, thank god. Was ist denn so? Wird schon mal pausas. Ja, 2. 2 und 2. Was ist das? Zu viel, babe. Äh, war nicht so viel weg. Mann. Oh, was, denn? Ein Panzer-Level. Oh, ey, das... Mami Brothers 3. Dann gab's die Panzerlevel. Das lädt aber geil. Panzerlevel, das ist immer... Ja! Ah! 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 Ich weiß nicht mehr wo ich bin. Das ist ja. Auch so. Ich hab' da nicht meine Sicht zur Zweden. Was ist denn toll, oder was? Anscheinend. Alles cool, dann kann ich jetzt mal... Du siehst das aber picken. Das ist anspruchsvoller durch den... Das war ja dann... Biss dich. Ah! Guck dir, wo ist von hinten. Jetzt kannst du mal ganz hinten... Beruhigt euch doch erstmal, wie wär's denn da? Und testen wir. Das kannst du aber schon... Das sieht so aus, wenn man es kaputt machen kann. Ja. Das ist aus Holz, deswegen wundert mich das. Das ist aus Holz, man kann es kaputt machen. Kann man das so eine Dreh aufhalten oder nicht? Nee. Dann gehen wir. Dann gehen wir nach Hause. Pause. Mach eine Münze, dann haben wir wieder gelegt. Oh. Die Pause. Wie er mich hasst. Wie er mich hasst. Wie er mich hasst. Ich hab' ihn gelegt. Boah. Ja, gut, den sieht man ja nicht. Ah! Ja, wiescht. Einige geben. Vielleicht kommt am Ende noch der Stern. Also bevor wir die Bekloppen zur Ziehfahne rennen, lassen wir mal den bitte gucken. Neee! Kleine Ratten. Ja, wir müssen jetzt einfach gucken. Dahinter vielleicht. Ja, hinter dem Ding. Da ist er bestimmt. Ja, wir gehen mal gucken. Oh Mann! Oh Mann! Moment! Jedes Mal krieg ich einen Outer. Das war eine faire Chance für alle. Ich hab gewartet. Level beendet. Jetzt haben wir auch noch ein Zeug, äh, Weltzeug. Ja. Ich glaub, dass du nur noch ein paar Extra-Welten kriegst. Wenn du, wie bei Marius, für die Lantern-Stay auch. Du hast es einmal durchgespielt und dann kam ja noch mal Schwere. Ja. 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 Mach uns die Röhre. Mach uns die Röhre. Mach uns die Röhre. Dass sie auch Klempner sind. Die Feen. Klempner Feen. Da hinten sitzt ja das neue Land. Ja. Das ist glitzert. Ja. Mal gucken, was du da bist. Du kannst ja doch... Ich bin begeistert. Was hast du denn? L-L. L-L. Hier hinten haben wir doch bestimmt noch. Genau. Das ist ein dummer Standard-Spieler. Ja. 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 Das ist ein Bernie. Ja. Und Scheiße. Ah, das ist Mützer. Ins Winter Wunderland. Schöne Kutschfahren. Das ist ein Problem, wenn ich Peen sehe. Ich hasse Feis-Sachen. Also, wenn man voll startet. Das ist mal ein Schnitt. Das ist mal ein Schnitt.